Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Celeste. Beim letzten Mal haben wir alle Herzen gesammelt. Ich bin unglaublich glücklich. Außer halt das letzte, was wir jetzt wahrscheinlich gleich sammeln werden. Inklusive B-Seite. Und darum gehen wir jetzt da zum Mittelpunkt. Und ich hoffe mal... Ich glaube, ich kann die jetzt überspringen. Das haben wir ja schon gesehen. Ich bin ganz sicher, dass wir jetzt entweder mehrere Türen finden, weil sonst hätten wir zu viele Herzen gesammelt. Und ich denke mal, das Spiel ist irgendwie schon so aufgebaut, dass wir alle Herzen brauchen. So, wie war das? Aha. Aha. Gut. Sehr schön. So, dann habe ich jetzt hier nochmal einen Dialog, den ich überspringen kann. Und jetzt kommen wir endlich in ein neues Gebiet. Oh, das gefällt mir gut. Das gefällt mir vielleicht nicht mehr ganz so gut. Kann ich mich da festhalten? Oh, wait. Das muss ich erst noch... Aha. Das ist interessant. Oh, und ich habe die Zeit noch an, sehe ich gerade. Das lasse ich einfach mal. Okay, wow. Das war fast schon etwas zu heikel. Wie mache ich... Äh. Wie mache ich das denn, wollte ich sagen? Kann ich mal ganz kurz nochmal schauen? Ja. Besser. Gut. Dann lasse ich es nämlich doch nicht an. Ah. Vorhin habe ich das besser gemacht. Moment. Wie bin ich denn vorhin gelaufen? Ah. Okay. Ich kann es mir jetzt fast schon denken, wie ich es machen muss. Ah. Aber ich muss es noch ein bisschen besser timen. Mhm. Sehr gut. Ah, das hat... Öh. Funktioniert. Gibt es da oben irgendwas, was ich will? Ich denke fast nicht. Was bist du denn? Oh. Wait. Durch was ist das jetzt kaputt gegangen? Vor allem. Ich kann... mein Däsch da nicht regenerieren. Okay. Dann machen... Achso, wir können das ja nirgendwo regenerieren. Das übernimmt... Oh. Oh. Hm. Ah. Also, ich weiß jetzt nicht, wie ich das gemacht habe. Das sind zwei Herzen. Aber ich habe es irgendwie geschafft. Da ist auch nichts drin. Ich möchte eigentlich übelst ungern den Däsch benutzen. Ach. Aber ich muss, wie es aussieht. Moment. Ich kann ihn doch dort erst mal wieder herstellen. Jetzt habe ich zwei. Jetzt sieht das Ganze schon besser aus. Oh Gott. Was sind das denn für Gegenden? Komme ich da durch? Lass mal ganz kurz schauen, ob ich überhaupt... Das könnte sein. Aber ich komme nicht bis nach oben. Glaube ich zumindest jetzt gerade noch nicht. Äh. Wir gehen erst mal nach da. Was bist du denn? Oh. Du bist tödlich. Auch für rotes Haar? Auch für rote... Auch für das? Warte mal. Moment. Ich gehe mal ganz kurz hin und her. Mach das einmal aus. Auch für rotes Haar. Okay, gut. Ich hatte ja vorhin doch eine andere Haarfarbe. Hm. Okay, aber ich kann mich vielleicht... Nee. Ich kann mich nicht. Ich muss meine Däschs aufheben. So gut wie möglich. Äh. Und so, ne? Ah. Wann muss ich denn da springen? Zu früh? Okay. Okay. Okay, ich habe gar kein Däsch benutzt. Das war vielleicht auch nicht so der Sinn der Sache. Okay. Puh, ich muss mich echt konzentrieren. Und die Herzen sind, wie es aussieht, nur Deko gewesen. Okay, wait. Das könnte ich schaffen. Oder ich springe einfach in die Lava rein. Oh. Oder was auch immer das ist. Ich glaube, es sind fliegende Feuerkugeln. Ich mache das so. Das ist viel besser. Okay, nochmal. Wir können jetzt doch... Problem ist, wieder aufladen. Das ist tödlich, oder? Oder ja. Ich habe es mir fast gedacht. Oh, nein. Oh, ist das krass. Ich bin begeistert. Kann ich euch jetzt... Ja. Okay. Okay. Ach, ich kann mich... Oh. Ich muss es komplett aufladen, weil ich kann so sonst nicht hochklettern. Mit nur einem Dash. Es ist zu glatt. Kann ich nochmal aufladen? Ah, gut. Ich hätte den Bildschirm eh gewechselt. Ja. Das war jetzt etwas zu hektisch. Meinerseits aus. Ach, ich muss sogar. Das ist... Ich habe gedacht, ich sterbe, wenn ich unten an die Dinger rankomme, weil es aussieht, als wären das Stacheln. Dann ist das natürlich total buggy. Hm. Dann komme ich so natürlich auch... Bis ganz nach oben. Ah. Ich habe vergessen, dass ich mich da nicht festhalten kann. Ach, was? Hey, jetzt tut es mir weh. Ich bin extrem verwirrt. Vorne bin ich doch komplett durchgesprungen, oder? Irritiert. Irritiert des. Ja, jetzt schmerzt es doch. Hm. Dann ist das... Ach, und du bist jetzt so ein kleiner, normaler Pupsi. Gut. Ähm, dann möchte ich mir die Erdbeere dort noch holen. Gut. Ich glaube, sonst war da jetzt nichts. Wo? Ähm. Ja. Nein. Ich wollte gerade sagen, das war viel zu früh, aber ich respawn eh so schnell. Vollkommen okay. Äh. Gut. Das ist ultra geil. Ich habe gerade gesehen, dass ich mich da nicht hinstellen kann. Das ist gar nicht mal so gut. Ah. Ja. Das war gerade blöd. Ja, und das war jetzt gerade auch ein bisschen schade. Ich muss ein bisschen Timestalling machen, wenn ich mich da, äh, hoch nach oben tüdel. Aus irgendwelchen Gründen, dächt ich mich in die falsche Richtung. Das ist nicht schön. Ja. Gut. Danke. Hm. Hm. Das war auch bitter. Ah. Öh. Moment. Jetzt muss ich mir das nochmal aufladen. Habe ich? Oh. Hm. Wie kann ich denn die Schalter umknicken? Oh, dann muss ich mich Weil ich bin mir fast schon sicher, dass ich jetzt Ne, ich brauch die Die Eisdings Also ich muss irgendwo noch einen Schalter haben Ah, ich hab ihn gefunden Ah Und ich versuche mal normal drauf zu springen Das funktioniert so nicht Hm Ah Ah, es funktioniert doch einfach so Okay Nein Oh, das hab ich nicht mitgeschnitten Okay, jetzt hab ich zumindest wieder zwei Dashes Okay Hm Ich muss die Blöcke noch verstehen Die hab ich echt noch nicht ganz durchblick Ich kann mich noch mal däschen Gut Und ich muss vielleicht noch das Herz erwischen Also den Schalter meine ich natürlich Aha Okay Hm Das ist schon sehr, sehr irre Moment, ich kann Kann ich? Ah Das ist echt Kart Das ist mega geil Ich muss mal ganz kurz was raustesten Resettet das meinen Dash? Nein, tut es nicht Gut zu wissen Das ist so hardcore Aha Oh Die waren mir noch ein bisschen lieber Als sie nicht so gastlich zu mir waren Nein, ich darf mein Dash nicht benutzen Ah, Elig Hm Puh Oh nein Und ich komm da nicht hoch ohne meinen Dash, ja Ohne zwei Dashes vor allem Dann Bleibt diese Erdbeere jetzt noch eine Weile unentdeckt Für uns Das ist mir dann doch etwas zu krass Äh Aha Ich Ich spring mal in den Tod Oh, ich kann da bestimmt senkrecht hoch Genau bei der Die ich jetzt eigentlich so gut gesetupt hab Um mich nach oben zu tüdeln Äh Ich wurde gebampert Ich bin nicht auf dem Bumper Ich bin nicht auf dieses Ding daneben Darf ich das bitte? Danke So Oh Hm Hier geht es auf jeden Fall zurück Das ist ganz interessant Oh nein, ich bin gedächt Das war vielleicht schon dumm Andererseits Sonst kommen wir hier ja gar nicht mehr irgendwo hin Ich muss da durch Oh nein Ich hätte hier mit Feuer hinkommen müssen Anscheinend Und ich wäre hier auch problemlos durchgekommen Merke ich gerade Wäre ich da nicht nach oben Oh nein, bin ich nicht Das ist ein Runway Sehe ich gerade Der Eingang ist auf einmal weg Das wundert mich auch ehrlich gesagt Dass ich das Es hätte mich gewundert Hätte ich den Eingang da nicht gesehen Hm Oh mein Gott Jetzt habe ich es angetüdelt Aber ich hätte das bestimmt anmachen müssen Und dann zurück gemusst Ah Das ist schwer So wollte ich das eigentlich nicht Okay Das ist hier ähm Ori Tree Escape hoch 10 Ah Ich habe ja gar kein Dash mehr Okay gut Aber wir kriegen das hin Ähm Ich weiß noch nicht Wie ich das mit dem Zeitmanagement mache Haha Einfach so Das kann ich Es tut mir immer noch weh Ah Ja Oh Gott Oh Gott Oh Gott Es ist so nah Ich muss mich dächen Ich kann mich nicht Äh Zweimal dächen Ich vergesse Ich muss mich daran gewöhnen Dass ich mein Dächen Ich nochmal kriege Oh Oh ist das heftig Ja Ich möchte bitte Danke Ah Endlich wieder Lava Oh 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 Ich habe mich verschluckt Das habt ihr wahrscheinlich gerade gemerkt Hm Okay Gut Oh Boah Oh das ist Das ist echt gar nicht einfach Und ich habe mein Timing aber auch echt nicht raus Jetzt Okay Einmal noch warten Und dann gleich durch Oh Ich hätte mich weiter Ich hätte nicht gedacht Dass ich es schaffe good whoa Das kommt mir so ein bisschen vor wie Super Meatball, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde das gut. Ah, das war dumm. Ich brauche den Dash. Oh nein, und ich muss dann Eis draus machen. So langsam. Okay. Gut. Okay, Moment, wie kriege ich die denn nach oben? Mist, jetzt muss ich die Blicke richtig verstehen. Und ich muss meinen Dash resetten. Oh, muss ich meinen? Ich brauche den Dash gar nicht, kann das sein? Stimmt, ich brauche den eigentlich gar nicht. Aber ich benutze ihn jetzt natürlich, um in die Lava zu springen. Oh, das ist eine Erdbeere. Oh Mist. Okay, Moment, aber das kriegt man tatsächlich doch irgendwie hin. Ich möchte auf die andere Seite. Ah. So schafft man es aber. Aber... Nein. Ah, ich bin vorbeiger... Wow. Vorbeigerutten. Ich habe übrigens nicht mitgeschnitten, dass da... ... eine Wand ist. Besser. Ah, Mist. Ja. ... ... Das war's für heute. Oh mein Gott. Willkommen. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Oh Gott, was ist das denn jetzt? Okay. Da ist schon mal ein Gang. Da war keiner mehr. Da war auch keiner mehr. Oh, ich hab Angst, dass es mich gleich von links verfolgt. Äh. Geht das bis ganz hoch? Ja. Okay, dann ist der Schalter jetzt bestimmt eher zum Switchen der Richtungen. Oh, das war etwas zu voreinig vielleicht. Okay. So. Gut. Ui, ui, ui. Entspannendes Spiel. Äh. Gut. Gut. Aber, wenn man verstanden hat, was man machen muss, ist es tatsächlich machbar. Oh Gott. Um voller Art wohl möchte ich gucken, ob hier noch Erdbeeren sind. Ich muss unten drunter durch. Gut. Ich hab den Stachel grad nicht gesehen. Ah. Da war wieder mein gängiges Problem. Ding. So. Wie. 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 Oh, das war heikel. Oh Gott, Federn. Oh Gott, da muss ich mich dran gewöhnen, erst mal wieder. Oh. Okay, da sind auf jeden Fall drei Schalter, das heißt, es ist egal, an welcher Stelle ich da rübergehe. Ich sollte nur möglichst zwischen den Feuerbällen entlanghuschen. Das war bestimmt schon schlecht. Und das habe ich gerade nicht mitgeschnitten. Okay, man muss sich dann zwischendurch auch noch dashen. Okay. Hm, wenn ich gut bin. Haha, das bin ich nicht. Ach, startet man prallt ab. Oh, ich wollte jetzt übelst cool drum herum bouncen. Ja. Wow. Genauso wie hier. Nur in cool und nicht in doof. Ah, das ist schlecht. Oh, mein Gott. Oh nein. Aus irgendwelchen Gründen dachte ich, ich stehe noch auf der Plattform. Es wirkt so, als ob es da rechts noch weiter geht. Ah, tut es auch. So habe ich das jetzt nicht gedacht. Das ist alles, ist gut. Ich finde, das sieht total schön aus. Das ist es, was im Mittelpunkt von allem steht. Es ist zu leer und gewaltig. Oh. Und trotzdem fühlt es sich irgendwie nostalgisch an. Und friedvoll. Herz des Berges. Man muss das Herz quasi sogar sammeln. Das war schön. Es gibt auch nur fünf. Okay, die sind natürlich auch alle knallhart versteckt. Und ich habe ganz schön viele Leben verloren. B-Seite. Davor habe ich ja schon so ein bisschen Angst. Okay. Ich würde sagen, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Beim nächsten Mal sammeln wir hier auf jeden Fall die nächsten vier Erdbeeren noch, damit wir alle erstmal haben. So regulär. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal hier hin und schauen uns die B-Seite an. Na. Das heißt, das wird jetzt etwas zusammengeschnitten sein am Ende. Ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bitte bewerten, kommentieren und vielleicht mit euren Freunden teilen. Ein ganz großes Dankeschön an meine drei Patrons, die mich und diesen Kanal finanziell unterstützen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und bis dahin, euer Elik. Bye. Bye.